Hier sind wir wieder bei unserem Regal-Video. Ja, jetzt starten wir ins dritte Regal. Wir haben uns eben gerade überlegt, dass wir die Schmuckbücher erstmal rauslassen und es euch jetzt wirklich einfach nur nach dem ABC unsere Bücher vorstellen. Und fangen wir jetzt am besten auch gleich mal an. Ja, und anfangen tun wir mit Catherine Gaskin. Das eine Buch heißt Das Geheimnis des Herrenhauses. Das ist dieses. Und Ein Windspiel im Nebel. Das sind zwei Titel, eine Autorin und ich kann euch sagen, es ist ein und derselbe Inhalt. Es ist nur unter zwei verschiedenen Titeln herausgekommen. Ich mag dieses Buch unheimlich gerne. Es ist sehr mysteriös. Es hat etwas zu tun mit einem Diamanten, mit dem Fluch einer kleinen Spanierin. Und irische Wolfshunde spielen dabei eine riesengroße Rolle. Ja, und darum, ich kann mich auch nicht dazu durchringen, eins der beiden Bücher wegzugeben. So, dann sind wir bei einem Buch, da findet ihr unten auch sicherlich die Besprechung von uns schon zu. Wo die alten Damen wohnen von Pascal Gauthier. Ja, das ist ein sehr bösartiges, dunkles Buch. Also es hat viel schwarzen Humor mit drin. Es ist typisch französisch auch dabei. Aber wie gesagt, dazu findet ihr eine vollständige Besprechung unten in der Infobox. So, dann haben wir hier die Vampir-Schwestern von Franziska... Geben. Geben. Eine Freundin zum Anbeißen. Das ist der Auftakt zu dieser Serie. Und es tut uns doch wirklich leid, dass uns dieses Buch nicht so gut gefallen hat. Aber wir können das natürlich nur aus der Sicht des Erwachsenen auch sehen. Vielleicht hätte es uns als Kind gut gefallen. Aber wir fanden, dass es teilweise doch ziemlich eklig ist. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt so sein muss. Ich weiß, dass viele Jugendliche oder Kinder diese Bücher halt auch lieben. Aber ich würde es jetzt auch keinem Kind schenken. Also ich bin absolut nicht begeistert von dem Buch. Ja, und ich genauso wenig. So, dann haben wir von Dagmar Geisler schon verliebte Rosenblüter. Ja, und dieses Buch hat schon mal eine Besonderheit. Wenn man hier über diese Rosen streicht, duftet es nach Rose. Das ist schon mal was ganz Tolles. Und das ist die Geschichte von einem Flaschengeist und einem jungen Mädchen. Und dieser Flaschengeist kann auch ein bisschen eifersüchtig sein. Es ist ein ganz, ganz süßes Buch. Wer das mag, ja, ein bisschen Magic. Aber auch dazu findet ihr unten schon eine Besprechung. So, dann haben wir von Cahil Gibran. Der Prophet ist ein esoterischer Roman, würde ich mal sagen. Ich kann mich jetzt nicht mehr so daran erinnern. Ich habe das irgendwann mal gelesen. Es gibt sehr viele Menschen, die davon schwärmen. Ich kann da jetzt wirklich gar nichts mehr zu sagen. Das ist irgendwie von meinem Schirm weg. So, und jetzt kommen wir zu einem der schönsten Cover in unserem Bücherregal. Und zwar Kerstin Gier, Rubin Roth, Liebe geht durch alle Zeiten. Ja, es ist jetzt ja schon ziemlich lange her, dass das Buch herauskam. Wir haben dann auch irgendwann den Anschluss verpasst, die anderen beiden Bände noch zu lesen. War allerdings auch so, dass ich mich ein bisschen über diesen bösen Cliffhanger da geärgert habe. Für mich ging das Buch gerade los und schon war es zu Ende. Ja, und dann bin ich auch darüber weggekommen, mir noch die anderen Bücher irgendwann zu holen. So, dann Kerstin Gier. Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner. Ja, dieses Buch mochte ich bis zur Hälfte richtig, richtig gerne. Hat richtig meinen Spaß gehabt. Bei der anderen, ja, am Schluss fand ich es dann nicht mehr ganz so toll. Das war einfach für mich, ja, es hat mir dann nicht mehr hundertprozentig gefallen. Aber dennoch, wer Kerstin Gier-Fan ist, hat hier dran sicherlich seine Freude. Es ist sicherlich besser als, ich sage mal, 80 Prozent, die ich jetzt sonst in der Richtung gelesen habe. Es lag vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass du dir ein anderes Ende gewünscht hast. Genau, das auf jeden Fall. So, die beiden Bücher fange ich erst mit dem an. Einmal Eat, Pray, Love von Elizabeth Gilbert. Das ist ja auch verfilmt worden mit Julia Roberts in der Hauptrolle und Javier Bardem. Es ist halt die Geschichte einer Selbstfindung. Eat, das ist in Rom, wo sie wieder den Genuss lernen. Pray, das Beten in Indien und die Liebe, die sie auf Bali findet. Mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Und die Verfilmung, da teilen sich hier ja mal wieder gerade die Welten. Ich fand sie eigentlich als Ergänzung ganz nett. Sina fand es todlangweilig. Aber es ist vielleicht auch so, dass man das Buch vorher gelesen haben sollte, bevor man den Film guckt. Aber unten findet ihr auch eine genaue Buchvorstellung dazu. So, und es gibt dann nochmal von Elizabeth Gilbert das Ja-Wort, wie ich meinen Frieden mit der Ehe machte. Das Buch, muss ich gestehen, habe ich nur bis zur Hälfte gelesen. Es ist super interessant. Es rollt halt die Geschichte der Ehe auf, wie die Ehe gesehen wurde, wie andere Völker damit umgehen. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Also wer vorhat, sich für ewig zu binden, der sollte wirklich diesem Buch eine Chance geben und da mal reingucken. Ich hätte es jetzt auch weitergelesen. Ich werde es auch noch irgendwann zu Ende lesen. Und das Blöde, wenn man einmal aus so einem Buch raus ist, ist es immer wieder schwer reinzukommen. Zumindest für mich. So, dann haben wir von Frank B. Gilbreth Jr. und Ernestine Gilbreth Carey im Dutzend Billiger. Und ja, diese Geschichte ist einfach nur süß. Ihr kennt vielleicht den Film mit Steve Martin. Davon haben sie aber nicht viel übernommen, außer dass es eine Familie mit vielen, vielen Kindern ist. Es ist total witzig. Es ist ein Erfahrungsbericht. Also die Kinder der Familie haben das auch geschrieben. Und sie berichten da auch vor allen Dingen über einen Vater, der seine Kinder wirklich nicht wirklich gedrillt hat. Sondern, ja. Er hat halt die Zeit optimiert, sagen wir es doch so. Zeit optimiert und er hat seinen Kindern so viel Wissen mit auf den Weg gegeben, wie nur eben ging. Und da sind sicherlich auch für junge Eltern oder so ein paar gute Erziehungshilfen drin, wo ich einfach sage, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, werde ich vielleicht auch das ein oder andere mir bei ihm abgucken. So, dann haben wir hier von Daniel Glatthauer, Gut gegen Nordwind. Muss man eigentlich wenig zu sagen. Wer es noch nicht kennt, sollte dieses Buch sich auf alle Fälle anschauen. Es ist wahrscheinlich die schönste und perfekteste E-Mail-Geschichte, die je geschrieben wurde. Ja. Denke. Ja, Emy Rodner und Leo Leiker. Dann haben wir hier von Claudia Gocht, Camus. Das ist auch wieder ein, ja, ein Weisheitsmärchen, würde ich mal sagen. Aber über den Inhalt kann ich jetzt auch nicht mehr ganz so viel sagen. So, dann kommen wir zu Arthur Golden, die Geisha. Ja, und die Geisha ist sicherlich vielen von euch ein Begriff. Es ist ein Wahnsinnsbuch. Es ist sowas von toll. Ich habe es mir irgendwann Weihnachten geschenkt bekommen und ich habe mich total, ja, verbarrikadiert. Damals habe ich nicht viel gelesen, aber das Buch habe ich auch ganz schnell durchgezogen. Es ist unheimlich spannend, die Geschichte von einem jungen Mädchen, das zur Geisha ausgebildet wird. Es geht dann in den Zweiten Weltkrieg rein. Wir erfahren viel über die japanische Geschichte und über die japanischen Ansichten, über die ganze Kultur halt. Wer Japan mag, sollte das auf jeden Fall, auf jeden, jeden Fall mal lesen. Ist doch auch verfilmt worden, glaube ich. Ja, aber den Film fand ich im Längen nicht so gut wie das Buch. So, dann kommen wir zu meinem Lieblingsbuch. The Princess Bride. Ja, und daneben steht es nochmal auf Deutsch, die Brautprinzessin von William Goldman. Das ist das hässlichste Cover, was wir wahrscheinlich haben. Aber zu der Zeit gab es das halt nur. Es wurde jetzt nochmal richtig schön aufgelegt. Wir haben auch das Hörbuch, was wir nur empfehlen können, von Bela B., von den Ärzten gesprochen und Jochen Malmsheimer, ich glaube. Diese Geschichte hat wirklich alles. Es ist ein wunderschönes Märchen und es ist witzig geschrieben. So etwas habe ich noch nie gelesen. Ich suche immer noch etwas, was ähnlich ist. Vielleicht ähnlich die Vierte Prinzessin, aber auch nicht wirklich das. Und es ist einfach mein Lieblingsbuch, weil es einfach völlig originell ist und es mich sehr, sehr, sehr zum Lachen gebracht hat. So, und das sind ja wieder so zwei Klassiker. Einmal von Noah Gordon, der Medikus. Ja, es ist so ein bisschen die Geschichte der Medizin. Ja, es ist aber auch schon ganz, ganz lange her. Da war Sina noch ziemlich klein, wo ich das Buch gelesen habe. Damals habt ihr es alle gelesen. Ja, und es ist, hatte auch oder hat immer noch, es hat sich ja nicht verflüchtigt, einen sehr, sehr tollen Schreibstil dazu. Später kam dann der Schamane. Das war dann irgendwie ein Urahn von diesem Medikus, der dann halt, ja, in Amerika tätig war. Dann gab es, glaube ich, noch die Klinik und die Ärzte oder so. Die Klinik habe ich, glaube ich, auch noch gelesen und dann war bei mir der Bedarf gedeckt. So, und dann haben wir hier, ich weiß jetzt gar nicht, welches das erste ist, der Eid der Heilerin von Rosie Graham Evans. Ist auch ein historischer Roman und dazu gehört dann auch noch die Heilerin von Brügge. Eine Zeit lang habe ich ja wirklich sehr, sehr viel dieser historischen Romane gelesen. Hat mir damals sehr gut gefallen. Ja, dann sind wir beim kleinen Nick. Ja. So, und der kleine Nick kann wir euch nur empfehlen. Wir packen euch auch unten mal die, ähm, den Film mit rein. Denn der Film ist genauso süß wie die Geschichten. Es ist super, super niedlich. Es ist so naiv geschrieben wie, ähm, ein 6, wie alt ist er, ist er 6, 7, 8, 8, 8, 8. Jedenfalls, wie man dann auch schreiben würde. Es hat ein, es ist immer zwischendurch illustriert mit Skriptolzeichnung. Ne, jetzt einfach die. Es ist einfach nur niedlich. Es ist, ähm, ja, ein, ein ganz, ganz tolles Buch und davon werden wir uns auch noch die weiteren Wände holen. Wir sind total verliebt in den kleinen Nick und seine Wände. Ja, und einer der beiden, ähm, Autoren ist halt auch der Vater von Asterix und Obelix. Und die mögen wir ja auch sehr gerne. So, dann habe ich hier von Seth Graham Smith, Abraham Lincoln, Vampirjäger. Äh, eine super Idee. Was wäre, wenn Abraham Lincoln halt noch leben würde? Was heißt leben? Er wäre ein, es wäre ein untotes Leben. Er wäre halt Vampir und er hat die Vampire gejagt. Und es gibt natürlich auch noch ein paar andere Persönlichkeiten, die die Jahrhunderte so überlebt haben. Aber dazu findet ihr die Rezi auch unten in der Infobox. Und wahrscheinlich auch, äh, überall findet ihr den Trailer zum Filmen, denn es wurde jetzt ja gerade verfilmt, ähm, und der Produzent war Tim Burton. So, und dann haben wir hier die Untoten und die Philosophie. Äh, ja, das ist ein etwas schwierigeres Buch. Beschäftigt sich halt mit der, äh, Philosophie und wie die Untoten das sehen würden. Äh, gibt es aber auch eine Rezi zu, die ist auch unten verlinkt. So, dann sind wir jetzt bei Lauren Ruff, die Monster von Templeton. Und, äh, ja, dieses Buch habe ich abgebrochen und dieses Buch hat Mar auch abgebrochen. Ähm, vielleicht war es nur der falsche Zeitpunkt. Ich weiß es nicht. Ich fand es damals jedenfalls nicht wirklich gut. Das haben wir letztes Jahr, glaube ich, angefangen zu lesen. Wenn ihr so ein Tuhu im Hintergrund hört, das ist die Museumsbahn, die hier ab und an fährt. So, dann haben wir hier von Hans Gruh, Liebe auf krummen Beinen. Und dann zupfe ich mal gleich das andere raus. Hier ist also Liebe auf krummen Beinen und auch, äh, eh auf krummen Beinen drin. Also auch wieder doppelt gemoppelt. Und ich kann mich nicht trennen, ich gebe es hier zu. Es ist die Geschichte von dem Dackel Blasius von Romaken und wie er an sein Herrchen kommt. Eine ganz, ganz bezaubernde Geschichte für alle Hundeliebhaber und vor allen Dingen natürlich für alle Leute, die Dackel lieben. Er muss, äh, den Hunden passiert auch nichts. Ich finde das immer ganz schrecklich, wenn den Hunden irgendwas passiert. Ähm, ja, es ist jedenfalls eine ganz bezaubernde Hundegeschichte. So, dann das nächste, was man nicht mehr erkennen kann, ist von Josef Karl Grundschipp, der Klabautermann. Und das ist ein Buch, ja, das habe ich eben auch aus meiner Kindheit halt noch gerettet habe. Es ist total süß von dem kleinen Chip, der nur Blödsinn im Kopf hat und der unbedingt, äh, ja, ein richtiger Seeräuber, Klabautermann sein will. Und er muss sich halt seine Ausrüstung hier, seine Uniform halt verdienen und er bekommt dann später irgendwie den Seegurkenorden erster Klasse oder so. Es ist total süß. Dann auch von Karl Grund, äh, hier der Poltergeist, auch ein total süßes Buch von... Und total alt. Und total alt. Es ist eben auch noch ein Kinderbuch von mir. Schande, irgendwer hat drin gemalt. Ich war es nicht. Wahrscheinlich ich. Was ist das? Hat das jemand angekuckelt? Also es ist jedenfalls total süß. Toll, diese beiden Orangengespenster passen. Ich glaube, daran bin ich schuld. Ja, passen zum Rest der Familie. Äh, es ist eine ganz, ganz süße Geschichte eben von einem kleinen, äh, Poltergeist, der, äh, auch ein bisschen vorwitzig ist. Und er spukt halt mit seiner Familie in so einem Gemäuer, das dann umgebaut wird zu einer Kinderklinik. Ja, dann haben wir hier von Stefan Grundy-Reingold. Das Buch habe ich auch vor einiger Zeit gelesen. Ganz klar, worum es da geht. Es geht eben um die Nibelungen, um, ja. Die Nibelungen, Sarah. So ist es. So, dann, das haben wir beide gelesen. Einmal Josephine und dann den zweiten Teil Josephine und Napoleon. Ma hatte auch da noch Kaiserin Josephine gelesen. Aber den hatte ich mir, glaube ich, nur ausgeliehen. Und dann hatte ich mir die irgendwann mal vor Jahren geholt. Ma, du hast jetzt gerade da eins nach hinten geschoben. Da komme ich jetzt auch nicht mehr von. Ja. Ähm, jedenfalls, es geht um Kaiserin Josephine. Ich fand es auch ganz gut geschrieben. Ähm, ja. Ja, also ich finde die, die Bände, wer Napoleon mag, wer Josephine mag, wer sich für die Zeit nach, kurz nach der französischen Revolution und der französischen Revolution interessiert, ähm, ja, sollte auf jeden Fall diese Bücher in Betracht ziehen. Ich fand sie wirklich gut gemacht. Ja. So, dann haben wir hier super gute Tage. Mark Herden, super gute Tage oder die sonderbare Welt ist Charlie Bone. Hier geht es um einen autistischen Jungen, der, ähm, ja, den Nachbarshund tot, äh, findet und er möchte jetzt den Mörder finden, denn für ihn ist es nicht einfach nur ein Tier gewesen. Für ihn ist ein Hund ein zählendes Lebewesen. Und, ja, es geht einfach um diese ganzen, ja, ähm, Probleme, die man auch als autistischer Mensch hat. Aber er muss sich dann auch selbst überwinden, um halt, äh, ja, den Mord aufzuklären, beziehungsweise alles, äh, dann in seiner Familie wieder zu regeln, weil da kommen ganz schön, äh, ja, verstörende Sachen auch ans Licht. So, dann haben wir hier von Jana Hagedorn, Mantra Männer und das ist ein, ähm, äh, sehr schöner Roman, der eben auch so ein bisschen um Yoga geht. Ich glaube, der kommt jetzt unter einem anderen Titel raus. Ich glaube, Yogis küssen besser, nächsten Monat kommt der, glaube ich, nochmal neu raus. Das weiß ich jetzt nicht, aber Narizzi gibt es dazu auch, die ist auch unten in der Infobox verlinkt. War jedenfalls sehr, sehr amüsant zu lesen. Das ist ein, ähm, ja, die Einweihung Elisabeth Heich. Elisabeth Heich war ja die erste Yogalehrerin Europas, glaube ich. Sie war die erste, die in der Schweiz ein Yogastudio aufgemacht hat. Und es ist halt, ähm, ja, ein Einweihungsroman. Äh, ich fand ihn damals total interessant. Er ist teilweise auch ziemlich schwierig, äh, ja, wenn man sich für solche Dinge interessiert, mit Sicherheit. Ich habe ihn irgendwann mal abgebrochen, aber ich war auch noch sehr jung, als ich da reingelesen war. Also es ist schon teilweise mit diesen mathematischen Sachen schon ein bisschen schwieriger. Ja, so, dann Tarquin Hall, die verschwundene Dienerin, Einfall für Vishpuri. Das ist eine Detektivgeschichte, die in Indien spielt. Dazu gibt es auch schon eine Rezension, die ist auch unten in der Infobox. Ähm, ich fand es total süß, aber wir haben ja sowieso so einen kleinen Kick Richtung Indien. Mar will jetzt auch unbedingt noch den zweiten Teil lesen. Ja. Den wird sie sich wahrscheinlich auch irgendwann jetzt holen. So, dann von Dashiell Hammett, Der dünne Mann. Das Buch ist ja auch verfilmt worden. Äh, dazu gibt es auch ein, das Buch natürlich verfilmt worden. Dazu gibt es auch die Rezi unten in der Infobox. Es ist ein Krimi und, äh, ja. So, dann kommen wir zu einem richtig, richtig schönen Buch. Das ist von Helen Hunt, Charing Crossroad. Ähm, eine Freundschaft in Briefen. Ja, äh, es geht um eine Frau, die, ähm, an einen Briten, eine Amerikanerin, die an ein britisches, britisches Antiquariat schreibt. Und aus dieser, ja, kurzen Nachfrage, ob sie ein bestimmtes Buch haben, entwickelt sich dann eine Freundschaft, eine sehr bewegende Freundschaft. Und, äh, es ist nach einer wahren Begebenheit. Es wurde auch verfilmt mit Anthony Hopkins. Aber wie auch meistens können wir euch hier das Buch, ähm, viel mehr empfehlen als den Film. Es ist also, ähm, spielt also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, wo in, äh, England eben alles rationiert war, äh, schon sehr interessant. So, dann von Marie-Francois Hans, Verspieltes Glück. Äh, das ist ein, äh, auch ein sehr alter Roman, wie man sehen kann. Und er spielt in Frankreich. Es, wenn ich mich nicht täusche, ist, geht es um, äh, einen Literaturprofessor, der eine Journalistin kennenlernt. Die beiden verlieben sich und heiraten. Aber er hat halt ein bisschen andere Ansichten von der Liebe. Und er gönnt sich halt seine Verhältnisse. Und Sophie, äh, muss lernen, damit umzugehen. Und geht er auch ihren ganz eigenen Weg. So, und jetzt geht's einmal lang und, äh, heftig in die Charlene Harris-Reihe. Ich glaube, da brauchen wir jetzt aber nicht die Einzelnen rauszuziehen, weil ihr findet unten ja ein Special zu den ganzen Büchern. Ja, es ist, fängt eben an mit Vorübergehend Tod. Und, äh, das ist noch erschienen bei Feder und Schwert. Sieht jetzt mittlerweile auch ganz anders aus in der Auflage. Die wunderschönen, und ich kann es immer nur wieder sagen, traurig, traurig, hier mit Glitzer, diese wunderschönen von DTV, die jetzt leider so aussehen. Und ich glaube, das sind ja zehn Bände und den elften habe ich gerade bei mir auf dem Nachttisch liegen. Ich bin da gerade mittendrin. Dann gibt es halt noch diese, ähm, Kurzgeschichten. Kurzgeschichten. Und dann, wie dieses hier zum Beispiel, Tod im Urlaub, da gibt es dann auch eine Kurzgeschichte von Pamela, also von Pam und von Suki. Und dann haben wir hier noch von Charlene Harris, das ist eine andere Reihe, Grabestimmen, die, das handelt von einem jungen Mädchen, die halt, ähm, ja, Tote aufspüren kann. Und die auch, glaube ich, die letzten Momente aus deren Leben miterleben kann im Nachhinein. Sehr gut geschrieben. Ja, sehr, sehr gut geschrieben und, äh, ist auch so eine Serie, die ich immer eigentlich noch weiter verfolgen wollte. Aber über Suki geht ja nun mal nichts. Ja, aber unten findet ihr zu, ich glaube, zu dem zehnten Band eine Rezension und ihr findet nochmal eine Vorstellung der ganzen, äh, Bücherreihe. Ja, und jetzt kann ich eigentlich, das können wir die Kamera auch so stehen lassen, ich hebe das einfach mal hoch, was wir hier noch haben. In der Reihe darunter steht einmal dieses Buch, das geheime Buch der Magie, die Zauberkunst Merlins. Das ist erschienen bei Ars Edition und, ich schlage jetzt mal nur dieses hier auf, das ist halt so ein Buch, in dem man auch ganz viel entdecken kann, wie hier, zum Beispiel hier oben der, oder hier sind kleine Briefe und hier ist so ein Drachenbuch, wo man dann auch nochmal nachblättern kann. Das ist also wirklich eins wieder dieser absolut super, super schönen Bücher. Hier sind Feenfahne, kann man das dann auch aufmachen, mit so einem Stoff hier drin. Also es ist wirklich so ein Erlebnisbuch. Und natürlich toll hier mit diesem Stein. So, und dann haben wir hier nochmal Expedition in die geheime Welt der Drachen, auch erschienen bei Ars Edition. Das sind halt so unsere Schmuckstücke, die haben wir einzeln rausgestellt. Die sind wirklich, hier kann man gucken, wo welcher Drache vorkommt. Hier hat man zum Beispiel auch echte Drachenhaut und ja, es sind ganz, ganz fantastische Bücher. Mit Sicherheit etwas für Leute, die gerne in Büchern blättern oder die eben Drachen lieben, können wir die Bücher nur empfehlen.